Einen wunderschönen Tag zu einer neuen Runde The Culling, mit Dalluka. Hallo. 350 Längeneinheiten auseinander. Ja, wenigstens direkt mein Haus hier. Oh, Instant Airdrop ist auch nicht mehr instant anscheinend, fällt aber so 5 Sekunden. 15. Ja, okay, aber man kann halt direkt abschließen. Also der ist jetzt gelandet, das war keine 15 Sekunden. Oh fuck it. Was denn? Bei mir ist einer. Der hat aber auch gar nichts. Lauf mal los. Nein! Scheiße, jetzt habe ich eine grüne Kiste verschenkt, aber ich glaube trotzdem wer ist los. Gibt es doch nicht. Hallo? 200 Meter, wenn du mir entgegenlaufen würdest. Ja, ich bin auf dem Weg aber. Du musst runter. Selbst wenn du mit Fallschaden springst, könnte ich dir helfen. Er hatte keine Spritze oder so eigentlich. Genau hinter dir. Oh Gott, jetzt bin ich hier runterge... Der andere, sein Mate kommt hinter dir. Nein, ich habe doch den Schlag abgebrochen. Er ist tot. Ihr Freund hat jemanden mit einem Melee-Wirren. Der andere defundiert nachher, oder? Achso, wo bist du? Nein, er hat den nicht. Nein, nein, alles gut. Wo ist der andere? Bei mir immer noch. Kannst du runterkommen? Ich freue mich. Okay. Dann kommt der nicht hoch. Dann stark in Führung. Komm ihn doch, das ist der Gegner! Hallo! Ja, ich wollte die Waffe aufheben. Ich hatte keine Waffe. Komm schon! Haben mich geblockt, dich auch. Ach jetzt! Jass mal einen Rucksack mit mir. Boah, du hast mal einen Rucksack mit mir? Das ist ein Taton, nein? Hast du schon wieder zu? Ja, ich habe T1, jetzt habe ich dir zwei, was hast du? Ich hab ich auch Crafted, achso, dann nimmst du das, Tana, nein. Du bräuchtest jetzt eine Bandage! Lass mal zu einem kleinen Haus am Wasser zurücklaufen. Vielleicht ist meine grüne Kiste noch da. Oben wäre übrigens eine rote. Willst du jemanden da noch vor dir? Dafür wäre die grüne Kiste auch praktisch. Ja, lass das machen. Wir haben ja auch noch keine Explosive. Ich wollte nur anmerken, dass da eine rote ist. Ich hole die grüne. Du siehst eine andere als ich. Achso, ne, ich meine die an dem Haus am Wasser. Ne, hier oben ist eine. Und hier zwei Speer. Willst du den haben? Ich habe ja, du hast mir das Teufel gegeben. Habe ich gerade auch in der Leiche voll. Wir gucken eben drauf. Die ist hier auf der Ecke. Und die ist noch da. Ok. Verkaufen wir eben das Tanto. Und, was war drin? Recurve. Ok, gut. Ich habe einen Knuckle in den Himmel geworfen. Der müsste vielleicht gut gelandet sein. Oh, fast. Zum Verkaufen meine ich. Willst du? Äh, 91. Also ich bräuchte jetzt noch 10, dann... Ja. Wenn ich die verkauft habe, dann habe ich die 100 zusammen. Sobald ready ist. Ok. Lass mal gucken, wie wir die Rode aufkriegen. Ja. Hier wird ja irgendwo ein Fass stehen. Irgendwo wird ja wohl ein Fass stehen. Oder auch nicht. Das Gestehen beim Laufen habe ich eben nicht drauf geachtet, ob da eventuell irgendwann steht. Da muss auch oben auf der Brücke noch eins sein. Ja, das stimmt. An Opponent just got shanked with a dirty, unsterilized blade. It's a good thing he's dead or that wound might have gotten infected. Nein. Oben drauf auch nicht. Da ist auf jeden Fall die Rode Kiel. Vielleicht nach hinten raus irgendwo. Selbst vielleicht noch. Hinten raus sehe ich auf jeden Fall auch keins. Okay. Ich komme mal mit drüber. Hinten bei dem Haus vielleicht? Ne, da auch nicht. 16 Sekunden bis zum Erdlock. Für den Stress müssen wir uns ja eh nicht machen. Du kannst den hier in der Mitte direkt rufen. Auf der Brücke. Ja. Ja komm, dann gehe ich schon mal wieder zurück. Ja. Ich riese ich den eben ab. Ich frag mich, ob der auch so hoch spawnt oder ob der vielleicht sogar niedriger ist. der ist nicht der ist. Der ist nicht der. Also da, wo er vorher war. Ja. Da sind wir noch schneller. was sie ist der sperr bei der hand ja der hemoblast wieder gut und die armo zieh ich mir an wenn ich drüben bin beim problem der einen werden alles möglich an spritzen haben er ist das problem hemoblast ist trotzdem nicht gut aber so einem fight mit ich denke spritzen sind echt besser noch mal aufgewertet worden dadurch jetzt ja nicht mein weil die schon sechs kills haben also das meinst du natürlich die werden die ganzen leute abgefahren haben sein bad liegt unterbringt einfach gar nichts hattest du den rucksack ja oder der rucksack habe ich ja jetzt habe ich noch mit gefunden hier rucksack kann es aber trotzdem verkaufen brauchen wir nicht wir sollten jetzt gleich auf die jagd gehen aber ich glaube die haben schon ihre waffen ja t3 könnten die auf jeden fall haben es gibt halt noch kein t4 da wird der nächste ergerufen wissen ja dass das t3 ist dann ja wo denn eigentlich man sieht durch die airdrops jetzt eigentlich zu 100 prozent wo die leute sind nichts zu sehen dauert so lange und ironskin habe ich natürlich bekommen ja das ist halt auch einfach du kannst ruck im juice drin haben aber du kannst auch einfach nur eine spritze haben ja das ist der größte faktor meiner meinung nach momentan soll er hast du was anfangen sollten halt einfach so ja entweder dann immer entweder genau entweder immer ruck im juice oder von mir aus noch hier nehmen oder als alternative halt einfach nur muscle man oder ironskin ja aber das wäre langweilig ja das stimmt lieber der mit doch dann airdrop rufs aber ist dann dann ist halt vielleicht aber was passiert wenn du ein t2 und ein rack im juice hast dann geht es am anfang ja voll ab ist halt auch scheiße hinter der pump fällt gerade einer runter oder sie machen es so in den ersten also dem early dinger nur die ersten spritzen in dem zweiten könnten sie hemoblast und keine ahnung medkid und im letzten den rack im oder so also irgendwie halt dass es gleich verteilt ist auf der brücke oben aber der schon weg jetzt leider gerade ich glaube oben auf der brücke kämpfen welche aber oder der hat direkt da holz gehauen ist das feuerwerk nicht ach so war es bei dem anderen ich glaube bei random package irgendwo hin ok ist das der einzelne dem habe ich gerade mal den crossbow abgenommen ist auch der einzelne der hat kassiert hier haben wir einen man tracker die sind noch weiter in die richtung hier ne leider nicht willst du dann nimm den recurve bow hier nein ja close sogar müssen an dem baum hier vor mir sein links von uns 40 schauen wir mal ob wir hier oben einen gas container gerade sehen kostet ein bisschen amor wie der schuss ja ist die frage welche welches team das ist wir hatten ja jetzt nicht die besten waffen 50 metern die kommen wohl hoch wir gehen runter hier runter oh gott ich rutsche aber kein schaden genommen ich bin ich sehe nix ich bin hinten runter gefallen ja scheiße wo bist du oh oh das war ein fehler von ihm ich loote erst ok ok also hier oben liegt noch eine t3 waffe und ein rucksack was soll man wenn du was brauchst unter 100 direkt vor uns scheiße du brauchst nix mehr ich brauche nix kannst du mir ein holz hauen ja ich mach nochmal einen man tracker 55 vor uns oh gott du gehst hin natürlich nehme ich schaden weil ich so dumm falle ey hat mich geblockt der vier schön schön pf 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 schip pf 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 Tschüss.